Die Auslegung von Gott Gottes in erster Linie. Man muss nicht sehr vorsichtig sein. Es könnten dann auch mal Leute von den Kopf geschossen werden, wenn eine ungedachte politische Äuferung getragen wird. Eva-Maria Albrecht fährt von Rostock zum Katholikentag nach Erfurt. Früher seien viel mehr Menschen auf ihre Fahrrad zum Katholikentag gefahren.